Lara, was ist denn dein Ende-Gelände im Moment? Also ich finde, Ende-Gelände in meiner Erinnerung setzt sich so ein bisschen zusammen aus ganz vielen tollen Momenten. Letztes Jahr war es auf jeden Fall der Moment, wo wir auf den Schienen übernachtet hatten und dann zurückkamen ins Camp und so. Alle sind wieder zusammengekommen und die Leute, die eben auf den Schienen übernachtet hatten und die Leute, die schon wieder auf dem Camp waren, alle zusammengekommen, alle haben sich begrüßt und es war so ein Yay, wir haben es geschafft, weil es war vorher überhaupt nicht klar, ob wir ein Camp kriegen, ob wir zum Aktionsort kommen, ob das alles klappt und dann war es einfach dieser Moment von irgendwie, hey, gemeinsam, selbstorganisiert, können wir das hinkriegen und können irgendwie auch die Polizei austricksen und können dahin kommen, wo wir hinwollen. Das war ein toller Moment, aber es gibt ganz viele andere auch noch. Vielen Dank. Ach so, genau, ich soll jetzt ein bisschen was sagen dazu, warum wir das eigentlich alles machen. Also ihr habt ja jetzt schon ganz viel Infos bekommen zu den ganzen Details, wann und wo und wie und so. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Motivationen, warum Leute zu Ende Gelände fahren. Also vielleicht auch einfach für dieses tolle Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, von gemeinsam sind wir stark. Vielleicht auch, weil irgendwie eure Freundinnen und Freunde fahren oder generell es ein total cooler Ort ist, um ganz viele tolle Menschen kennenzulernen. Oder vielleicht auch, weil es sozusagen auch irgendwie einen Adrenalinkick gibt. Aber für die etwas Verkopfteren unter euch, wollte ich jetzt nochmal so ein bisschen sagen, warum es eigentlich aus einer politischen Sicht, also sozusagen politisch sinnvoll ist. Und auch jetzt gerade das zu machen. Also einerseits, warum es wichtig ist, mit zivilem Ungehorsam für den sofortigen Kohleausstieg einzutreten und dann auch, warum das genau jetzt quasi wichtig ist. Und da wollte ich sozusagen nochmal zurückblicken. Kurz im Sommer 2015, also vor vier Jahren, gab es die erste Endgeländeaktion. Da haben 1500 Leute ungefähr, sind in den Tagebau Garzweiler reingegangen und die Bagger mussten stillstehen. Und das war so, wow, krass. Also ich war selber auch nicht dabei. Alle haben dann diese Videos geguckt. Und da gibt es Leute, die gehen einfach in diesen Tagebau rein und sagen, wir brauchen den sofortigen Kohleausstieg. Und beides war so vorher noch nicht da gewesen. Also überhaupt über Kohleausstieg zu reden, war irgendwie, ja, sozusagen total krass. Und wir waren in so einer politischen Situation, wo Deutschland eigentlich sehr stark international dastand, sozusagen als Land der Energiewende. Und bei uns läuft doch schon alles. Und dann sozusagen kamen diese Endgeländeleute, wie gesagt, ein bisschen mehr als tausend Leute, die gesagt haben, nee, wir sind Braunkohle-Weltmeister und wir müssen jetzt sofort aus der Kohle aussteigen. Das war was total Verwunderliches fast schon. Und jetzt, vier Jahre später, wollte ich jetzt einmal sozusagen darauf schauen, wie ist die politische Lage, was hat sich seitdem so getan und wo stehen wir jetzt ganz konkret. Auf politischer Ebene und dann aber auch bei uns in der Bewegung. Also was ist aus der Bewegung für Klimagerechtigkeit in den letzten Jahren so geworden und wie ist der Moment jetzt? Genau. Also zum einen, was hat sich in der Politik getan? Ich glaube, um es kurz zu machen, könnte ich sagen, nichts. Aber es gibt dieses Abkommen von Paris, was auch festschreibt, wir wollen die Erderwärmung begrenzen auf 1,5 Grad, wenn möglich. Das Abkommen hat Deutschland auch angenommen und sich dem verpflichtet. Es wird aber nicht umgesetzt. Also es wird weltweit nicht richtig umgesetzt, es wird in Deutschland auch überhaupt nicht umgesetzt. Deutschland ist immer noch Braunkohle-Weltmeister. Inzwischen ist es ein bisschen klarer, dass die Energiewende quasi tot ist, sie nicht mehr vorankommt. Dass unsere Politik total versagt bei Klimaschutz. Und auch, dass die Klimakrise immer akuter wird. Also ich weiß nicht, ob ihr ab und zu diese Nachrichten lest. Ich lese sie ab und zu und dann läuft es mir mal kalt den Rücken runter und ich lese schnell was anderes. Von diesen Permafrostböden, die auftauen und ganz viel Methan ausstoßen. Von der Antarktis, wo immer mehr Eis abschmilzt. Es ist einfach richtig schlimm. Also wenn wir vor vier Jahren angefangen hätten mit dem Kohleausstieg, mit der Verkehrswende und all den anderen Sachen, wären vielleicht nicht ganz so die drastischen Maßnahmen notwendig, wie sie jetzt sind. Aber sozusagen es sind vier Jahre vergangen und es ist einfach richtig schlimm. Die Klimakrise ist jetzt da. In Indien sterben jetzt gerade Menschen, weil es so krass heiß schon ist. Genau. Und die deutsche Politik, kommen wir darauf nochmal kurz zurück, hat im letzten Jahr eine Kohlekommission eingesetzt, die sozusagen einen Kompromiss ausarbeiten sollte. Und der Vorschlag kam jetzt Anfang dieses Jahres raus. Und der Vorschlag war dann allen Ernstes, lass doch mal bis 2038 noch genauso weitermachen. Also nochmal fast 20 Jahre weiter Kohle verbrennen. Die Politik kommt damit nicht durch. Das merken wir ganz deutlich. Merken wir vor allem dank der streikenden Schülerinnen und Schüler, die in allen Talkshows sind, die jeden Freitag auf der Straße sind. Merken wir aber auch aufgrund der ganz großen Klimagerechtigkeitsbewegung, die da immer wieder reingeht und unangenehm wird. Da sage ich gleich nochmal mehr zu. Aber wenn wir auf politische Ebene gucken, die Grünen feiern sich für ihre Wahlergebnisse. Und die CDU, CSU, alle Parteien versuchen jetzt irgendwie so zu tun, als würden sie auch Klimaschutz machen wollen. Aber de facto muss man ja auch sagen, dass die Grünen jetzt so tolle Umfrage- und Wahlergebnisse kriegen, liegt ja nicht daran, dass sie eine gute Partei sind. Weil wenn sie irgendwo mitregieren, machen sie eigentlich auch nur Mucks. Sondern es liegt daran, dass irgendwie alle Leute so in der breiten Gesellschaft eigentlich begriffen haben, wir müssen jetzt was tun gegen die Klimakrise. Und die ganzen Hoffnungen, die es irgendwie so gibt, dass es in der Politik endlich mal irgendwer macht, die werden jetzt halt auf die Grünen projiziert. Was aber nicht heißt, wenn andere Parteien anfangen würden, darauf Antworten zu entwickeln, dass man nicht auch die wählen könnte. Aber momentan gibt es diese Antworten nicht so richtig in der Politik, was daran liegt, dass Politikerinnen und Politiker versuchen, die Antworten auf die Klimakrise innerhalb von unserem System zu finden. Also sie gucken quasi, also sie überlegen sich, wie können wir im Einklang mit unseren Lobbykumpels aus der Industrie und im Einklang mit diesem obersten Staatsziel von wir brauchen immer mehr Wirtschaftswachstum versuchen, die Klimakrise zu lösen. Und das funktioniert halt nicht. Und diese Erkenntnis sickert immer mehr durch. Der Internationale Rat von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der IPCC, hat es letztes Jahr in seinem Report deutlich gemacht, die Schulkinder, die freitags nicht zur Schule gehen, sondern auf die Straße gehen und demonstrieren, die wissen das. Wir brauchen einen grundlegenden Wechsel in unserem politischen System und wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem und wir brauchen eine grundlegend andere Art, mit unseren Mitmenschen und mit der Natur umzugehen, weil es sonst nicht zukunftsfähig ist. Aber die Politik ist wie in so einer Schockstarre und die CSU sagt jetzt, wir machen Flugtaxis und die CDU sagt, wir haben auch schon eine Tempo-30-Zone eingerichtet und glauben halt irgendwie, dass es das bringt. Und sind eigentlich total hilflos und merken auch, wie alle sozusagen aus der Gesellschaft ansonsten schon viel weiter sind in ihrem Denken. Aber ihnen fällt dazu nichts ein, weil sie sich nicht trauen, diese Systemfrage zu stellen. Und das ist halt unsere Aufgabe. Wir müssen diese Systemfrage stellen und deshalb ist es total wichtig, dass wir jetzt, wenn die Politik sich in die Sommerpause verabschiedet, ohne irgendwie weitergekommen zu sein beim Kohleausstieg. Also es gibt diesen Vorschlag, 20 Jahre weitermachen, aber es gibt kein Kohleausstiegsgesetz und es gibt keinen Plan dafür. Das Einzige, was einigermaßen klar ist, ist, dass die Kohlekonzerne, RWE und die anderen großen Konzerne sehr viel Geld bekommen sollen von der Bundesregierung. Dafür gibt es schon so ein paar Eckpunkte quasi, da hat man sich schon darauf geeinigt. Aber wann jetzt welches Kraftwerk abgeschaltet wird, überhaupt kein Plan. Und auch beim Klimaschutzgesetz, was auf dem Tisch liegt, was sozusagen richtige Einsparziele für verschiedene Sektoren vorschreiben soll, damit es jetzt endlich mal anfängt mit der CO2 oder generell der Reduktion von Treibhausgasen. Auch da ist die Regierung überhaupt nicht vorwärts gekommen. Und jetzt sagen sie, okay, wir machen jetzt nochmal Sommerpause. So, das ist die politische Lage. Das heißt, es ist total wichtig, dass wir jetzt nicht mit der Politik in dieser Schockstarre bleiben und irgendwie hoffen, dass Robert Habeck es für uns richten wird. Es ist total wichtig, dass wir jetzt selber anfangen, aktiv zu werden, weil es irgendwie die Zukunft von uns allen und um die geht's. Und deshalb ist es total cool und wichtig, dass wir jetzt ins Rheinland gehen, dass wir die größte CO2-Kelle Europas blockieren mit unseren Körpern und dass wir an diesem Thema Kohleausstieg dranbleiben. Weil der ist nicht durch. Es gibt keinen Konsens. Noch 20 Jahre weiter Kohle verbrennen ist kein Konsens und das ist auch ziemlich klar. Und wenn wir da jetzt sozusagen dranbleiben und nachlegen, dann können wir da auch richtig was reißen diesen Sommer, während die Politik Sommerpause macht. Wie steht Ende Gelände heute da innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung? Wir haben, ja, die ganz tolle Situation, dass wir eine riesengroße, global vernetzte Bewegung für Klimagerechtigkeit haben. Also als Ende Gelände 2015 das erste Mal Zivilen Ungehorsam gemacht hat und in den Tagebau Garzweiler gegangen ist, da war das so ein Bündniskraftakt. Da haben Leute ein Jahr darauf hingearbeitet und dann gab es diese Aktion. Inzwischen gibt es in Deutschland, Milena Pontus hat es vorhin schon erzählt, in richtig vielen Städten Klimagerechtigkeitsgruppen, die auf lokaler Ebene aktiv sind. Und es gibt nicht nur Ende Gelände, es gibt ganz viele Akteure, die mit Zivilen Ungehorsam oder mit anderen Aktionsformen sich für Klimagerechtigkeit einsetzen. Letztes Jahr hatten wir alle gemeinsam diesen großartigen Hambi-Moment, wo wir es geschafft haben, die Rodung vom Hambacher Forst erstmal zu stoppen. Das war ein ganz tolles Zusammenspiel von den Leuten, die schon ganz lange im Wald gewohnt haben, den besetzt haben. Von Ende Gelände, von anderen lokalen Klimagruppen, von NGOs, die da alle zusammen sozusagen darauf hingewirkt haben. Es gab sozusagen diesen Punkt, den Kristallisationspunkt für die Klimagerechtigkeitsbewegung am Hambacher Forst und das hat dazu geführt, dass die Politik nachgeben musste. Und auch im Jahr davor schon, 2017, waren wir mit Ende Gelände im Rheinland und waren gemeinsam mit anderen Akteurinnen und Akteuren aktiv und es gab unterschiedliche Aktionsformen und Beteiligungsmöglichkeiten und alle haben sich solidarisch aufeinander bezogen und das hat sehr gut funktioniert. Dieses Jahr haben wir grandioserweise die Situation, dass wir neue, ganz neue Klimagerechtigkeitsgruppen haben. Es gibt Extinction Rebellion, die schon London lahmgelegt haben und die es auch in Deutschland jetzt in vielen Gruppen, in vielen Städten gibt und es gibt, ich habe sie ja schon erwähnt, die großartige Fridays for Future, die es geschafft haben, das ganze Narrativ rund um die Klimakrise wirklich zu drehen und nochmal deutlich zu machen, was für eine breite Mehrheit es eigentlich in der Bevölkerung gibt, dafür, dass wir die Klimakrise stoppen und unsere Zukunft retten. Und es ist total großartig, dass diese verschiedenen Bewegungen zusammen auf das gleiche Ziel hinarbeiten können, nämlich fossile Energien beenden, ein anderes Wirtschaftssystem aufbauen, Klimagerechtigkeit schaffen weltweit. Und das funktioniert auch sehr gut. Es gibt unterschiedliche Aktionsformen und es ist auch total gut, dass nicht alle irgendwie mit Ende Gelände in die Grube gehen oder so, sondern dass es unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Aber trotzdem ist es eben gerade auch wichtig, dass wir als Ende Gelände weiter sozusagen den Finger so richtig tief in die Wunde legen und so richtig tief in der Wunde ist nämlich genau die Kohleinfrastruktur. Sind diese riesigen Bagger von RWE und sind die Kohlezüge, die die Kohle zum Kraftwerken bringen, weil wenn wir da hingehen, dann stoppen wir ganz konkret diesen Weg von der Kohle zum Kraftwerk, dann stoppen wir die Produktion von CO2. Und das ist nichts, was man ignorieren kann. Das ist nichts, was irgendwie RWE oder Armin Laschet, die Landesregierung oder unsere Bundesregierung weglächeln können, wo sie sagen können, hat es total nett, dass ihr das macht. Wir sind auch fürs Klima und total super, sondern da tun wir richtig weh. Wir sind richtig unangenehm. Deshalb wird die Polizei auch versuchen, uns aufzuhalten, weil wenn wir da blockieren, dann hat RWE ein richtiges Problem. Klar können wir das nicht jeden Tag machen, aber in dem Moment, wo wir da reingehen, sorgen wir für Trouble. Und es ist einfach jetzt die Zeit für Trouble. Die Zeit, um irgendwie zu diskutieren, abzuwarten, die ist vorbei. Wir haben diese Zeit nicht mehr. Es ist weiterhin gut, wenn Leute angemeldete Demonstrationen machen, denn wir sind eine riesige, breite Bewegung und das muss sichtbar werden. Es ist weiterhin gut, wenn Leute irgendwie an Politikerinnen und Politiker schreiben und versuchen, die zu überzeugen. Denn wir brauchen auch gute Leute in der Politik. Aber allein sich darauf zu verlassen, das können wir nicht mehr machen. Da läuft uns jetzt die Zeit davon. Deshalb, es bleibt quasi keine andere Wahl. Wir müssen es wieder machen zum fünften Mal. Müssen wir diese Kohleinfrastruktur blockieren. Nur dann kommt der Kohleausstieg. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.